Ja Leute, und damit sind wir wieder zurück auf der Griebach mit eurem Zuckalli. Leute, ich bin so hell, ich weiß nicht. Die Dateien sind zwar knappe 10 GB, 5 GB, 6 GB groß, aber das stört mich nicht. Die Bohne, muss ich jetzt mal sagen, es juckt mich einfach nicht. Vor allem mit dem Mod, den ich habe, dass die Reifen so aussehen wie es sein soll. Also blau, wie man ja sieht. Äh blau. Nein, ich habe noch keine Heiko getrunken. Aber dass man halt sieht, worüber man fährt. Das finde ich richtig nice. Und das ist das Geile hier dran, finde ich persönlich jetzt mal. Wir werden hier aber auch gleich den Helfer einstellen. Dann kann der das hier machen. Weil ich mir überlegt habe... Ich möchte hier noch ein paar Tiere erstmal holen. Und jetzt muss ich mal gucken. Nehmen wir 4, 5 davon, 5 davon, 5 davon. Und 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 davon. Das kostet jetzt nicht wirklich viel. Die brauchen aber kein Wasser, Stroh. Weizen Gerste. Wenn man so ein braunes kaufen. Stroh. Und wo kommt das Stroh hin? Und wo kommt das Stroh hin? Whoaажу das Stroh. Das ist�ig. Das ist los. Da bist du da richtige. Hier. Das ist liberiert. Jetzt einmal Strom. Ja, müssen wir gleich mal Kredit aufnehmen. Aber hier nicht ihr höchst oder was? Das ist Wasser. Kann das hier nur Stroh sein? Ja, sehe ich gerade, das hier ist Stroh. Das ist nur die Frage. Okay, das reicht also, wenn ich... Reizen oder Gerste. Start. Okay. Schau, schau, schau. Aber ja, wir müssen definitiv einen Kredit aufnehmen für einen Wassertank. Das wäre schon wieder bei der Nähe gefallen, das Wort. Wassertank. Was kostet uns denn so einen Wassertank? Die Erhaltung. 9000. Nehmen wir 10.000 auf. Lion, Lion. Nein, 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 nein. Ab geht's. ab geht's schick schick Okay, der Schild hatte keine Kollision. Jetzt schnell Wasser holen, Wasser holen, Wasser holen, da habe ich mir sagen lassen, hier im See. Alter, ich feiere die Map, die ist echt cool. Die ist genauso hammermäßig geil wie die Hofbergmann, auch wenn man jetzt hier keinen Käse oder Milch herstellen kann, aber sie ist trotzdem richtig geil, mir gefällt sie und deswegen zocke ich sie. So, unsere Schnuckis, die Hühner sind versorgt. So, unsere Schnuckis ist ein Schild. hier hat er keine nüssen hat oder was dann mache ich hier weiter das beste werde ich jetzt auch noch schaffen würde ich mal behaupten das beste das beste das beste So, dann hätten wir das Feld auch gleich schon mal angesehen, einmal noch hoch, na gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schon mal safe. Fast. Mal schnell mit einen Dünge-Streuer rüberjagen. Okay. Ah. Haaah Haaah So, dann haben wir jetzt noch in der Folge hier schnell das Feld düngen Und dann hätten wir Folge 2 auch schon fertig Was mache ich denn hier? Ah, meine Logie wieder, ne? Ah 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 Das ist ein Kuss. Interessant, dass ich hier ein Volk freigeschaltet habe, aber das interessiert mich hier jetzt eigentlich ja wenig, weil ich habe hier schon Platinum, von daher ist das relativ egal. Ah, Playstation, das reicht mir vollkommen aus, zack, gut ihr Lieben, damit haben wir jetzt einiges geschafft auch in der zweiten Folge, wir haben schon mal Hühner. Wir haben ein Feld fertig, das jetzt nur noch gedeihen muss und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.